Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Gradierwerk. Heute sind wir auf dem Johannesberg und das hier unten ist Bad Nauheim. Und genau dort schauen wir uns den Gradierbetrieb an, also Gradierwerke. Diese sind Teil der Salzherstellung. Im 18. Jahrhundert hat Bad Nauheim nicht nur eine der größten, sondern auch modernsten Siedesalinen Europas betrieben. Von den knapp 30 Gradierwerken sind heute nur noch fünf in Betrieb. Diese werden allerdings weiter gepflegt, nicht mehr zur Salzherstellung, sondern für den Kurbetrieb. Es ist ja eine Kurstadt. Aber nicht nur im 18. Jahrhundert, bereits schon die Kelten haben hier Salz gewonnen. Und zwar auch mit Siedesalinen. Und das Problem bei den Siedesalinen ist, man braucht Brennstoff dafür. Sieden, kochen, klar. Und die Gradierwerke, die helfen dabei, auf sehr pfiffige Art und Weise Brennstoff zu sparen. Wie das jetzt genau funktioniert, das gucken wir uns gleich im Detail an. Aber kurz nochmal, wenn wir schon auf dem Johannesberg sind. Die Römer waren auch hier in Bad Nauheim, nicht nur des Salzes wegen. Hier auf dem Johannesberg ist ein römischer Signalturm, etwa 100 bis 200 Jahre nach Christus entstanden. Und diese römischen Fliesen, auf denen ich stehe, sind damit 1800 bis 1900 Jahre alt. Hier kommt sozusagen die Sohle, die schwachprozentige Salzsohle aus dem Brunnen. Und wie man der Farbe schon entnehmen kann, ist die auch sehr eisenhaltig. Das bedeutet, dass man da offensichtlich auch Stoffe drin hat, die man nicht da drin haben möchte. Und naja, verfolgen wir mal den Weg der Sohle. Die Sohle kommt aus etwa 200 Meter Tiefe, kommt etwa 30 Grad Celsius. Und in diesem künstlich angelegten Kanal fließt sie in ein Sohlebecken. Ich befinde mich nun hier am Sohlebecken, 44 Meter breit, 3 Meter tief. Das hier ist das Vorratsbehältnis, wo die Sohle sozusagen gesammelt wird, vor dem Gradieren. Beim Gradieren wird sozusagen das Salzgehalt im Wasser erhöht, sodass ich dann, wenn ich das Wasser sieden muss, hinterher im Siedehaus, ich, ja, nicht mehr so viel Wasser sozusagen loswerden muss und damit nicht mehr so viel Brennstoff brauche. Wie das funktioniert, hier direkt nebendran sind zwei Gradierwerke. Die werden auch gerade gewartet, sodass man da auch mal so ein bisschen reingucken kann. Die lange Wand, so wird das hier auch genannt, das ist ein Gradierwerk. Und da, zwischen diesen beiden, da sind einmal die Pumpen untergebracht und früher war das auch mal eine Windmühle, die man dazu genutzt hat, die Pumpen anzutreiben. Das Problem war, oder die Idee erst mal, warum, was bringt einem das Gradieren? Gradieren bedeutet, das hier ist eine etwa 10 Meter hohe Wand, die besteht aus Schwarzdornen. Und man sieht dadurch, dass die hier gerade sozusagen gepflegt wird, jetzt kann man da mal so ein bisschen reingucken und was passiert denn eigentlich? Also, Pumpen, Pumpen, die Sohle hier oben drauf und dann rieselt die an diesen Schwarzdorn herunter. Und beim Herunterrieseln passieren zwei Dinge. Einmal an dem Schwarzdorn bleibt alles Mögliche, was man nicht haben möchte, sozusagen hängen. Das heißt, sie wird gereinigt und es verdunstet ganz viel Wasser. Aber das ist deshalb gut, wenn ich natürlich jetzt so salzhaltige Sohle habe und ich Wasser verdunste, steigt dadurch meine Konzentration an Salz. Und genau dafür waren die Dinger da. Man hat so ein bisschen natürlich jede Menge Energie gebraucht. Die Windmühle war eigentlich als Ersatz gedacht. Angetrieben wurde das in der Regel durch Wasserräder. Und wir werden gleich eins noch uns angucken. Das ist sogar relativ weit weg von hier, also ein paar hundert Meter. Weil das Problem war halt, ein Wasserrad bringt ja auch nur dann was, wenn es sich dreht. Also man muss ja auch Wasser haben, um das Wasserrad anzutreiben. Und die USA hier, also der Fluss, der hat nicht immer im Sommer auch Wasser geführt. Und hier in der Nähe ist auch noch die Wetter, der Fluss, der Wetter auch den Namen gegeben hat. Und da hatte man auch im Sommer Wasser. Und das hatte man dazu verwendet, um die Pumpen anzutreiben, die dann hier sozusagen das Wasser oder die Sohle hochgepumpt haben. Später hat man tatsächlich das dann auch mit Kohle ein Kraftwerk gehabt, was mit Kohle betrieben worden ist, was zusätzlich gepumpt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, warum macht man es heute noch, wo doch die Salzgewinnung auf diese Art und Weise viel zu teuer und umständlich ist. Natürlich ist das ein schönes Denkmal und daher wird das natürlich auch gepflegt. Aber es ist ja Kurstadt. Und was ja hier auch passiert ist, durch diese feinen Wassertröpfchen, die sich hier bilden, ist die Luft hier auf der einen Seite sehr sauber, auf der anderen diese salzhaltigen Aerosole, die sind sehr gut für die Atemwege. Und zwar reinigen die die Atemwege, sind schleimlösend, abschwellend, also lauter gute Eigenschaften. Und normalerweise hat man das nur bei mehr Luft, also wenn man irgendwo ans Meer fährt. Und das hat man hier im Prinzip auch. Das heißt, die werden sozusagen als Inhalatorium weiterhin betrieben für die Kurgäste. Hier ist der Teil, der in Betrieb ist und wie man vielleicht sehen und hören kann, hier plätschert schön die salzhaltige Sohle an dem Schwarzdorn herunter oder durch den Schwarzdorn und sammelt sich hier unten in den Becken. Und insgesamt wird das Ganze mehrmals hier drüber gepumpt und mit jedem Mal wird das Ganze etwas sauberer und auch konzentrierter, weil ja bei jedem Mal Wasser verdunstet. Das ist im Sommer übrigens auch ein ganz schöner kühlender Effekt. Hier bin ich nun am Schwallheimer Rad. Vereindruckende fast 10 Meter im Durchmesser. Und naja, was schätzt du, wie viel Leistung wird es bringen? Vielleicht in Pferden, 12 PS. Und ja, man hört es sehr beeindruckend, wie hier dieses große Rad sich dreht und noch beeindruckender ist, wie die Energie von hier zu dem Gradierwerk. Das sind ja einige hundert Meter. Das gucken wir uns auch noch an. Das waren mal mehrere hundert Meter. Ich glaube, 600, die hier mit Hilfe dieser fahrenden Baumstämme überwunden worden sind. Und man sieht hier, wie die schön langsam hin und her fahren und auf diese Art und Weise die Energie zu den Pumpen gebracht haben. Und das alles nur, weil man halt eben einen Fluss brauchte, der auch im Sommer Wasser führt und damit den Gradierbetrieb aufrechterhalten konnte, auch sozusagen im Sommer. Und was hier auch noch beeindruckend ist, manche dieser Schienen, die sind hier so gebogen, praktisch wie so eine Wippe. Und das Problem, was man hier nämlich hat, ist, wenn das an einen der Endpunkte kommt, muss das Ganze ja abgebremst werden und in die andere Richtung beschleunigt werden. Und wenn man so eine Art Wippe hat, dann wandelt man sozusagen gegen Ende der Bewegung einen Teil der Energie in potenzielle Energie um, die man wiederum nutzen kann, um es wieder sozusagen, wenn die Richtungsumkehr ist, und man das wieder in die andere Richtung beschleunigen. Teil der Windermest. Und man weiß, dass ich das nicht genau làin, Credкий, dass die Richtung des Lebensregers, dasödlandschen, der Funktionalität trug geht. Und dann schauen, auch wenn man die Richtung des Lebensregers um, Und dann schauen sie die Richtungen des Lebensregers, bis in die Richtungen des Lebensregers. Untertitelung des ZDF, 2020